Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen The Forest Folge mit Concord. Und mit Skulldur. Uh, du kennst meinen Namen. Ja, so, ich hab's da oben gelesen, wer lesen kann. Ahhhh. Gar nicht gewusst, dass du lesen kannst. Ahhhh. Ah, neue Opfer für uns. Eigentlich könnten wir die mal verbrennen, ne? Scheiße. Die könnten wir dann verbrennen. Ja. Alter, ich hab dich angezündet. Ich glaub du hast mich angezündet. Scheiße, ich brenn die ganze Zeit. Alter, wie viel Zenio? Komm, da haben wir ein paar Knochen. Das war mal ein bisschen Widerrüstung. Das ist auch ganz gut, glaub ich. Ja, Alter, ich brenn hier auch grad selber. Du schreist auch noch da hinten. Ich schrei gar nicht. Ich hab nicht einmal gebrannt. Achso, das hat sich so angekommen, als würdest du schreien zum Lagerfeuerin. War ganz lustig grad. Also stimmt, ohne Alkohol hält das überhaupt nicht an. Ich hab aber leider keinen Alkohol. Ah, halt! Ich hab ja grad gefunden. Ich hab vorne Alkohol, unten im Ding. Stimmt, stimmt, stimmt. Unten war Alkohol drin. Oh, die hab ich verpackt. Ja, jetzt wo du's... Warte, ich tu's selber rein. So. Du musst schon gescheit machen, ja? Ja, paar Knochen. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Und wieder ein bisschen Rüstung. Wann ist das alle? Nee, ich hab noch einen gefunden. Ah, cool. Ich find nur, ich seh grad nichts. Wenn mein Feuerzeug mich angeht, jetzt geh an. Ich steh voll gegen die Wand. Das ist auch immer sehr interessant. So. Haha, Gott, sag jetzt nimm halt, wenn nicht, fackel gleich ab. Alter, ich steh voll im Feuer hier. So, jetzt machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab ich genug Stoff? Naja, eigentlich nicht, ne? Ich mag nur ein bisschen Rüstung. Ich mach mir nur zwei Rüstungen oder so. Weil den restlichen Stoff, den brauch ich, den behalte ich mir mal. Weil ich hab echt nur noch elf Rüstung. Äh, elf Stoff. Deswegen mach ich mir dann nicht mehr. Knochen würde ich schon noch mitnehmen. Äh, liegt die schon im Feuer? Ja. Ach so, ich hab so ungefähr die Hälfte wieder. Okay, das ist gut. Dann nehm ich noch die Knochen hier mit. So, falls ich Stoff noch finde und dann geht weiter. Weil wir kommen grad so, weil jetzt haben wir ja eh, äh, das haben wir das ganze Spiel schon gesehen, jetzt können wir ja eigentlich auch diesen ganzen, ähm, Totem sag ich mal, aufstellen. Dass die aggressiver werden und dann wirklich bis zum Schluss durchhalten. Oh, hier liegt noch ne Leiche. Oh. Magst du noch Knochen mitnehmen? Oder scheiß drauf? Ich kann die gar nicht mal aufnehmen, die Leiche. Kannst du die da aufnehmen? Kann die nicht mal aufnehmen. Nö, ich auch nicht. Ja, hast du vielleicht Lust drauf, wenn wir dann fertig sind und so mitbauen und so einfach, ganz viele Totems bauen? Damit sie aggressiver werden und dann bis zum Ende. Könnte man mal, könnte man mal machen. Schauen ob das überhaupt, ja super. Ob das überhaupt ne Auswirkung hat, ne? Ist was. Interessant. She's not dead, she's sleeping. Mhm. Interessant, das hab ich auch noch nicht gesehen. Uah, ich bin so ein Dürer. Du bist jetzt ins Feuer gelaufen. Ja. Du bist so ein Held. Wie die Vögel. Alter, das heilt voll. Ja, schau halt noch. Das heilt voll. Wenn du schreist, das hab ich jetzt ungefähr dreimal immer gehört. So, ah, ah. Immer leiser. Ach, da hab ich von gedacht, du hättest geschrieben. Das war nur mein Lächeln. Ähm. Ähm. Ach komm, verarsch mich nicht. Ich glaub, da oben geht's weiter, oder? Oh Gott sei. Äh. Ne. Okay. Oh. Ich sehn. Ich sehn. Ich sehn Himmel. Aber ich komm hier nicht raus. Moment. Moment. Hier beim. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Moment. Was sind wir denn hier? Ach, hier geht's. Nein, hier geht's nicht. Hier, hier. Anbrennen hier. Hä? Äh. Äh. Alter, verarsch mich jetzt nicht, Mann. Haben wir hier irgendwie ein Seil übersehen? Warte, wenn ich jetzt hier hochgehe, hier sind überall so Holzbretter. Hä? 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 Hier sind wir hergekommen. Hä? Hä? Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Hey, hier ist Farbe. Hey, wo hast du Farbe gefunden? Kommst du zu mir? Ja. Hier ist ein Einmal. Sieht aus wie so ein Bauarbeiter, wenn ich dich so beobachte. Ich hörte irgendwie da was rumschauen. Ja, das war wahrscheinlich die Farbe, die wir aufgenommen haben. Okay, okay. War verflucht. Scheiße, was ist das jetzt? Hier kommen wir nicht raus, oder wie? Hä? Sind wir denn jetzt? Ach, müssen wir vielleicht tauchen? Ach, hier ist wieder ein Ding. Ne? Hier ist. Paar Patronen waren hier. Ah. Old Gun. Ja, aber ich bin grad getaucht. Da war nix. Da geht's auch nirgendwo lang. Äh, wo bin ich... Hm. Voll verkackt. Ist das jetzt... Hä? Okay, das ist jetzt ein bisschen deprimierend, finde ich. Das ist... Aber da... Mir ist ganz blöd... Nee, hier ist wirklich überhaupt kein... Schau mal, wenn du hierher gehst, siehst du sogar ein Stück vom Himmel. Ja. Warst du hier schonmal? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. So fühlt man sich als nur kurz vom Himmel. Ich will hier raus. Siehst du das... Siehst du auch den Spalter? Ja. Ich will hier raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Der kann ja bestimmt durch. Ich will nicht mehr. Ich will doch jetzt einfach nur mal wieder an die Oberfläche und frische Luft schnuppeln. Das kann doch nicht sein, dass das hier nirgendwo rausgeht, oder? Oh, was ist das? Was? Komm hierher. Hier geht's weiter. Oh mein Gott. Das muss man erst mal sehen. Ähm. Ähm. Alter, das sieht bei mir alles sch... Was aus? Irgendwie so ganz komisch. Äh. Sieht das ganz komisch aus. Ja, bei mir... Ich seh... Bei mir ist hinten eine Spalt. Ist das die Höhle vom äh... Bildschirm? Startbildschirm? Hinten? Wenn man ein bisschen weiter hintergeht. Ja, sorry. Ich glaub, bei mir leckt's wieder. Ist da eine Wand rechts von mir? Äh. Nein. Bei mir... Was machst du? Du bist ein Depp. Bei mir war da nichts. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Hä? Da unten ist irgendwas. Hä? Ich glaub, das buggt bei uns beiden grad rum. Das buggt bei uns beiden grad rum. Nein! So eine fette Mutant. Das stimmt grad ganz gewaltig etwas nicht. Alter, wo bist du denn? Ich bin... Ich bin draußen. Ich spring auch einfach mal! Alter. Alter. Ich bin tot. Hä? Was ist das für ein... Was ist das für ein Fail, man? Ich bin tot. Echt jetzt? Ja, kannst du mich noch irgendwie... retzen? Ich versuch's. Aber es wird grad alle stockfinster. Und ich seh grad gar nichts. Ja. Ich bin auch unter gesprungen. Das war mein Ende. Alter, wir haben die ganzen Wege nicht gespeichert. Ach shit. Findest du mich? Ja, ich... Ich seh dich. Ich steh... Bin die ganze... Neben dir. Aber... Ich bin auch gleich dauernd. Weil die greifen mich grad alle an. Alle. So 10... 100 Stück mit Mutant. Ah... Mann. Was ist das denn? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Ja! Lebe! Oh mein Gott! Lass mich sterben! Ich seh grad gar nichts, Mann. Wo bin ich denn hier? Oh Gott! Keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nur, dass ich gleich verbrauche bin, weil hier so viele Viecher sind. Sind da alles an? Ich versteh das nicht. Ist das bei mir gebackt oder siehst du hier auch das... Die... Nein, ich hab auch nichts gesehen. Ich hab auch nichts gesehen. Bei mir war's auch verbackt. Weil bei mir war da einfach nur schwarz abkommt. Ne, bei mir... Ich bin draußen, ne? Ich bin... Ja, in der Höhle... Im... Im Sick Hole bin ich wieder drin. Ich bin wieder beim Fluss gewesen. Ja, du bist doch jetzt auch gerade drin, oder? In der Höhle. Ja, in der Höhle bin ich schon drin jetzt. Aber ich seh links, kann man einfach rausgehen bei mir. Jawoll. Sehr schön. Wie links wieder rausgehen? Ich seh... Warte, komm mal mit. Kannst du hier rausgehen? Warte. Moment, Moment, Moment. Da ist da was. Ich hab so das Gefühl, dass wir gleich wieder Spiele starten müssen. Hab das Gefühl. Komm, komm mal her. Ist bei dir hier was? Ist das Wasser? Ich bin im Wasser jetzt. Jetzt bin ich im Wasser. Genau. Und wenn ich hier... Wenn ich hier lang lauf... Wie lang lauf? Du schwimmst doch alles. Ja, wenn ich hier jetzt schwimme, ne? Ja. Bin ich hier mal. Bin ich hier mal. Ich hab mal kurz. Ich bin grad nicht so schnell... Alter, ich seh grad gar nichts. Fuck die Zeit. Ich bin jetzt wieder draußen. Ich bin draußen im Sick Hole. Über mir ist der Himmel. Boah, shit. Nein, ich bin immer noch... Doch, ja. Ja. Ja, ich bin verbuggt. Irgendwie... Aber ich hör noch so, als wären wir in der Höhle. Hör ich das so... Schallen und so. Das ist grad voll verbuggt hier irgendwie. Ich bin hier grad... Und ich glaube aber das sind die Gegner von... von draußen. Ja. Ist grad voll komisch. Ich bin mir grad so nicht so ganz sicher. Irgendwie stimmt's hier grad alles gar nicht. Nö. Da stimmt irgendwas ganz gewaltig, ne? Oh, ah, jetzt... Ja, der Fett hat mich einmal erwischt und der Kleine direkt hinterher. Das ist grad... Mega buggy. Halt mal bisschen durch. Danke. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir jetzt nicht mehr raus, irgendwie? Das ist irgendwie Phil geladen worden. Ich glaube wir müssen den alten Spielstand nochmal laden. Au. Und ein dritter großer... Exzessfehler. Medizin hab ich auch nicht mehr. Das ist grad ganz komisch. Über mir ist Himmel. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Ich bin direkt im... Im Sickhole. Aber unten guck ich... Der sieht so aus, als wär ich im... Jetzt wird alles schwarz. Es wird alles immer dunkler, immer dunkler. Ja. Als würde da so eine riesen Wolke über uns gehen. Ah. Wir sind wirklich... Also wenn ich mich jetzt drehe, ne? Ja, wir sind irgendwie geglitscht und hat das falsch irgendwie geladen. Also ist das grad ein extremer großer... Also sind wir jetzt irgendwie so in zwei Welten. Ja, ja. John Carter in zwei Welten. Ich bin grad echt... Hä, wo sind wir? Ja guck mal, wir sind noch mitten in der Höhle irgendwie. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie... Auch nicht. Es ist so ganz... Wie geht's denn hier lang? Und es wird dunkler und dunkler und dunkler. Ja, weil... Ja, weil's wahrscheinlich Nacht wird. Äh, ich glaub wir müssen jetzt echt den Spielstand nochmal laden. Ich hab keine Ahnung wo wir sind. Ich, ich, ich... Wir können's natürlich jetzt so machen, dass wir den alten Spielstand nochmal laden. Ja. Und dann, äh, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in der Halle sag ich mal, wo wir jetzt nicht weitergekommen sind. Ist das der Wasserfall von draußen? Wo... Wo... Wo Sikol war? Da war das... Nee, ich... Nee, da war ein bisschen anders, glaub ich. Nee, wir müssen neu laden, weil das ist jetzt total verbuggt hier. Das ist... Scheiße. Ja, das ist jetzt... Geht's bei dir auch so tief runter, oder? Wo? Hm. Hier, da ist Wasser. Da ist Wasser. Was ist das? Ja, so dunkel ist es gar nicht. Ja, ich seh auch gar nicht. Ich muss mir ne Fackel erstellen, warte. Krass. Okay, ja, also... Wie schaut's denn mit dem Zeitlichen aus? Zwölf Minuten. Haben wir ja. Zwölf Minuten, ja. Also, entweder probieren wir's noch hier rum. Nee, das hat jetzt überhaupt keinen Zweck. Das ist total verbuggt hier. Wie sind wir in der Zwischenwelt? Ich bin mir nicht sicher, komm... Warte, wenn ich hier so lang lauf... Weil ich, dass wir da jetzt herkommen, vielleicht... Schauen wir noch ein bisschen rum, vielleicht... Hier ist noch einer, zwei, drei Typen. Zwei Typen, drei Typen. Ach, jetzt der Himmel wieder. Das ist so komisch. Du bist in der Höhle, ne? Du siehst, wenn du so normal nach vorne guckst, sieht's aus, als wäre es in der Höhle, alles dunkel. Ne? Über einen Gestein, dann guckst du nach oben, dann fällt der Himmel. Und das heilt auch so, als wär's da... Jaja, das ist... Aber lustig, dass das diesmal bei uns beiden ist, ne? Ja, das ist jetzt echt komisch. Hier geht's nicht weiter... Hier, hier ist das... Ding, oder? Hey, ja, hey. Voll der Fail gerade. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie... Ah, da geht's irgendwie raus. Ey, du weißt schon, dass... Du checkst es schon jetzt, oder? Ja, das ist ja... Der Eingang, wo wir reingegangen sind, in dieser Höhle. Aber ich kann da nicht... Also ich komm da nicht rein, kommst du da rein? Nö. E-drücken. Ne, weil wir ja in dieser Höhle schon drin sind. Das... Also... Wir waren irgendwo oben jetzt und sind... Okay. Irgendwie... Irgendwie runtergeflogen. Irgendwie... Wir sind irgendwie durch das Gestein irgendwie durchgeklitscht. Oh nein, was ist denn los? Was ist denn los? Spiel! Nein! Jetzt müssen wir nochmal neu laden. Oh nein! Oh nein! Ähm... Ja... Wolltest du zusammenschneiden oder neue Folge? Ne, wir müssen schneiden. Okay. Wir haben noch 6 Minuten. Ähm, bis gleich. Jo, bis gleich. Diesmal mit mehr Glück. Ja, hallo auch bei mir. Bitte funktioniere... Nein! Bei mir ist es immer noch nicht da. Ja, dann bleiben wir einfach mal hier oben. Schauen wir mal. Da ging es nicht weiter. Da war irgendwann mal Schluss. Ja, da ist Schluss. Oh nein. Oh nein. Oh, diese Scheißhöhle ist echt so verpackt. Scheiße. 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 Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Oh, kann man da wieder zurückgehen? Theoretisch so. Ähm. Vielleicht dürfte das gar nicht existieren? Vielleicht. Vielleicht. Ja, warte. Geh wir nochmal zurück. Geh wir nochmal zurück. Okay, so. Ich komm da gleich mehr hoch. Weil hier geht es nicht raus. Hier ist Schluss... Hier ist es aus die Maus. Das ist aber... Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiii. Ja, da haben wir, das ist ein kleines Problem. Schein zu haben, jetzt ist ja die Staffel vorbei. Du kommst, ich bin zurück. Das ist... Ich könnte jetzt echt heulen. Ja, ich auch. Das ist... Ich mag es doch einfach nur noch hier raus und dann will ich bauen. Das wäre jetzt so herrlich. So herrlich wäre das. Und das Einzige, was wir jetzt versuchen können, wir müssen jetzt nochmal zurück und wirklich hochklettern. Ja, du... Oh, okay. Wir müssen das echt versuchen, weil wir konnten runterklettern, können wir auch wieder hochklettern. Ja, ich hoff's wirklich. Direkt neben dem Tor, konnte man hochklettern. Echt? Hast du Spaß gemacht? Ja, so habe ich dich ja wiederbelebt. Achso. Neben dem Tor konnte ich hochklettern. Weil, wie es ausschaut, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob man das überhaupt nicht durchdürft, das sag ich mal. Weil, ja, wenn wir es da halt nochmal runter stürzen, das bringt uns halt gar nichts. Oh, ich sehe so viel, ich sehe sowas mehr, glaube ich. Wenn ich hier stehe, kann ich durchgucken und dann sehe ich's mehr. Meine Güte, das nervt mich jetzt. Eieieieiei. Na ja, gut. Es war ein Fehler in dieses Sinkholz. Das eine Reihe von Katastrophen ausgelöst. Schon irgendwie. Das ist krass. Jetzt muss wieder alles zurück. Ja gut, das wurde ja auch von kurzem erst hinzugefügt, dass man da runter kann, ne? Ja klar. Das war anscheinend noch nicht so ganz ausgereift. Jetzt ist die Frage, rennen wir hier? Hier. Moment, Leute, ich kann hier durch. Nee, ich kann hier durchschauen. Ja, ich auch. Glaubst du, man kann das? Nee, kann man das nicht wegsprengen. Weißt du was? Scheiß drauf. Nö. Nö. Ach komm, hier muss es doch irgendwo einen scheiß anderen Eingang geben. Das kann's doch nicht so aus sein, sowas. Das müssen wir wirklich... Gut, also, das kann sein, dass die erste Staffel jetzt bald vorbei ist, wenn wir jetzt nicht mehr hochkommen. Weil einen anderen Spielstand haben wir jetzt nicht. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt nicht mit dem Glitter nicht hochkommen, dann war's das. Ist hier echt vorbei, ist hier echt... Das ist ein dessen Scheiß. Ja. Hier kommst du echt nicht durch. Haben wir das Spiel neu gestarrt gehabt? Ja, ne? Ja. Schon, ne, so. Die Kacke ist immer noch da. Na gut, also... Ich hätte gerne gewusst, wo eigentlich dann der Höhleneingang hier ist, aber... Hier war doch Ding, hier war doch... Warte, hier waren doch die Sticks, oder? Nö. Waren hier nicht mal die Sticks irgendwo? Die waren, glaub ich, unter Wasser mit... Oder? Obwohl, ne, hier... Ach, ich hab keine Ahnung. Ach, scheißrück. Naja, gut, ja, dann müssen wir es versuchen hochzuklettern und... wenn wir es nicht schaffen, dann... War's das wohl mit der ersten Staffel? Ja. Dann müssen wir komplett neu anfangen. Ach Gott. Na gut. Na gut. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, die nächste Folge starten wir erst, wenn wir oben sind. Wenn wir es schaffen, dann machen wir weiter. Wenn nicht... Dann... Dann seht ihr selber, Staffel 2 beginnt. Irgendwann mal. Ja, dann verabschiede ich mich hier einfach mal aus Sicherheitsgründen schon mal. Ja, ich auch. Also danke, dass ihr euch das angeschaut habt. Und... Und dann sieht man sich hoffentlich bald wieder. Noch in dieser Staffel, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Drückt uns die Daumen. Ciao. Tschüss. 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 Alles. Ja. Da. Dabord.